Die Mineralien Hamburg feiert 40-jähriges Jubiläum. Die viertgrößte Mineralien- und Fassilienmesse weltweit und Nordeuropas größte Mineralien- und Schmuckmesse. Ein Showroom voller einzigartiger Exponate und Unikate. Wir haben ja zunächst einmal Highlight 40 Jahre Mineralien Hamburg und das hat uns bewogen Skandinavien einzuladen, weil das sind unsere Nachbarländer und die haben auch sehr schöne Mineralien. Und deswegen haben wir dieses Jahr eine große Sonderschau Skandinavien, Mineralien, Geologie und auch Fossilien aus diesen Ländern. Rund 400 Aussteller aus 35 Nationen präsentieren ihre Objekte und Fundstücke. Außerdem gibt es eine Reihe beeindruckender Sonderschauen auf dem Messegelände im Herzen der Hansestadt Hamburg und jede Menge Angebote für Familien. Für Familien, insbesondere für Kinder, gibt es darüber hinaus ganz viele Aktivitäten. Kinder lernen hier, wie man Gold wäscht. Kinder können hier in die Fossilienwerkstatt sehen, wie eigentlich Archäologen arbeiten, wie man Fossilien gewinnt, wie man sie freilegt, wie Fossilien bearbeitet werden. Und für die ganz Kleinen auch Fossilien, wie ich sie mir anmalen kann, so wie ich mir Fossilien vorstelle. Das bietet diese Veranstaltung. Noch bis Sonntag zu bewundern und zu kaufen sind seltene Mineralien, wundervolle Edelsteine, unvergleichliche Schmuckstücke sowie fossile Funde aus der Frühzeit der Erdgeschichte. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums mit einer besonderen Überraschung, wer in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, erhält freien Eintritt.